Abonnentur am iSports Das war ein Fleißerfolg, dieses Tor Zuerst erarbeitet er sich in der Ecke die Scheibe Ambühl Schuss und Tor Andres Ambühl krönt seine Rückkehr mit dem 2 zu 0 Ja und erwischt Melvin Niffeler zwischen den Schonern hindurch Ja, man muss Niffeler da etwas in Schutz nehmen, es gab viel Verkehr vor ihm Oh, Zanker lässt die Scheibe durch Und Stranski macht den Sack zu War jetzt Stranski so schnell im Antritt Oder Rowe so langsam im Rückwärtslaufen Also das hier Zanker Ja, nein, Zanker war es natürlich Und Profiko kam dann auch nicht mehr zur rechten Zeit Bis au broke Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao